Mittwoch, 26. September 2018 20 Uhr 2 Druckennutzungsrechte Feedback Es war ein unscheinbarer Moment bei einem Auftritt von Herzogin Meghahn. Sie fuhr am Dienstag zur Eröffnung einer Ausstellung in London. Sie stieg aus einer schwarzen Limousine und schloss die Tür hinter sich. Ein Mann im Smoking, der Meghahn zur Begrüßung lange die Hand geschüttelt hatte und danach offenbar auch die Autotür schließen wollte, hielt sich überrascht eine Hand vor den Mund. Und der Rest des Landes tat es ihm gleich. Mit der unbedachten Geste habe die 37-jährige Herzogin von Sussex viele Briten schockiert, schrieb die Boulevardzeitung Express. Der Mirror monierte, dass Queen Elisa B2 oder Herzogin Karte so ein Missgeschick nie in der Öffentlichkeit passiert wäre. Das ist nicht ganz richtig. Karte sorgte laut Thieme einst für Schlagzeilen, weil sie ihren Regenschirm bei einem Auftritt selbst getragen hatte. Der Königshausexperte Christopher Wilsen ist jedenfalls sicher. Es sei das erste Mal, dass er eine Herzogin gesehen habe, die ihre eigene Autotür schließe. Fotostrecke 39 Bilder Royal Wedding Strahlend in die Zukunft doch Meghahn bekam auch Lob. Der Kolumnist der Daily Mail, William Hanson, pries die Herzogin als bescheiden und bodenständig. Eine Journalistin des Boulevardblattes Sun kommentierte. Gut gemacht, Meghahn. Eine Sache war Hanson von der Daily Mail noch wichtig. Meghahn habe genau genommen keine Regel gebrochen. Normalerweise stehe bei Mitgliedern der Königsfamilie und anderen Würdenträgern zwar ein Helfer bereit, um Autotüren zu öffnen oder zu schließen, schrieb er auf Twitter. Dies geschehe aber aus Sicherheitsgründen und habe nichts mit Prinzessinnenverhalten zu tun. Herzogin Meghahn hatte im Mai Prinz Harry geheiratet. Von der Presse wird sie seitdem auf Schritt und Tritt verfolgt. Die Ausstellungseröffnung am Dienstag war der erste Termin, zu dem Meghahn alleine ging.